Birett ist eine Kopfbedeckung christlicher, geistlicher, römisch-katholische Kirche. Das Birett römisch-katholischer, geistlicher ist vierkantig und besteht aus Stoff mit eingelegten Papstreifen. In Deutschland, England, Frankreich und in den Niederlanden hat es vier, in anderen Ländern drei Hörner oder bogenförmige Aufsätze. In Spanien ist es ohne solche Aufsätze, in den meisten Fällen hat es an der Oberseite mittig eine Quaste. Das Birett ist etwa seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Im Mittelalter bedeutete die Überreichung des Birettes die Übertragung einer kirchlichen Pründe. Die Farbe des Birettes weist auf den Rang des Trägers hin. Priester und Diakone tragen ein schwarzes Birett mit schwarzer Quaste. Ein schwarzes Birett mit violetter Quaste tragen die päpstlichen Ehrenprelaten und in vielen Bistümern die Dächanten. Nur Bischöfe und Domkapitulare ausgezeichneter Domkapitel sowie apostolische Protonotare tragen ein violettes Birett mit violetter Quaste. Das Birett der Kardinäle ist scharlachrot, hat keine Quaste und auch in Deutschland nur drei Hörner. Der Papst trägt kein Birett. Ordensgeistliche, vor allem Chorherren, tragen entweder das schwarze Birett der einfachen Geistlichen oder ein Birett, das der Farbe ihres Habits entspricht. Die Mönche der monastischen Orden tragen, von den Äbten abgesehen, hingegen kein Birett. Das Birett gehört nur im weiten Sinne zum liturgischen Gewand des Geistlichen, wenn er Talakor hemmt und die Stola trägt. Im Gottesdienst wird das Birett nur als Kopfbedeckung getragen, wenn der Geistliche geht oder sitzt nie im Stehen. Vor dem Altar wird es immer abgenommen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind Geistliche nicht mehr verpflichtet, ein Birett zu tragen. Von der Form des Birettes leitet sich auch die Bezeichnung für das Pfaffenhütchen ab, einen mitteleuropäischen Strauch. Der Früchte in der Form eines Birettes trägt evangelische Kirche. In den evangelischen Kirchen lautet die Bezeichnung hingegen Barrett. Es ist stets schwarz und gilt als Bestandteil der Amtstracht. Es wird nur im Freien gemeinsam mit dem Talakor getragen, d. h., meist nur auf dem Friedhof. Die Formen variieren stark, am weitesten verbreitet ist das sogenannte Luther-Barett, eine flache, weiche, runde Mütze aussamt und ohne Quaste. Andere Formen sind, mit Knopf oder Quaste, vier-, sechs- oder achteckig, weichfallend oder steif stehend.